Was ist der Arbeitsplatz? Ja, bitte! So, dann nehmen wir mal Platz. Herzlichen Dank. Zum Beispiel, wenn der Kunde entscheidet, okay, ich will, dass mein Depot nie mehr entsteht in den Markt. Also für den Kunden, der sagt, hm, ich möchte es gern machen, weiß er das genau. Können Sie das gleich noch machen, die Bewegung? Die Bewegung? Welche Bewegung? Dieses... Ah, okay. Gut. Okay. Und es läuft dann quasi alles über unseren Verbundpartner, die Deka. Genau. Dann war es ein Tagesausflug. Also früher haben Sie es gemacht, oder? Wo sind Sie denn her? Aus dem Schwarzwald. Es gibt ja ein paar kleine Hügel. Aus dem Südschwarzwald. Ähm, eher Nordschwarzwald. Okay. Also so... Aber handelt um den Schwarzwald. Okay. Sparkasse Wohnsee, Tilo, spät guten Tag. Sparkasse Wohnsee, Tilo, spät guten Tag. Ja. Schön. Tschüss. Und dann laufen Sie mir praktisch entgegen mit dem Backenkopf. Okay. 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 Also nur einmal aufmachen und dann... zwei Stufen runter. Genau. Und jetzt einfach hochlaufen und in die Kamera schauen. Nach oben laufen? Ja. Nach oben laufen. Ja. Jetzt. Und jetzt einfach hochlaufen. Ja. Ja. Dann kommst du es auch wieder mal an. Und das ist ja der Arbeitstag für dich aus, also auch vielleicht in Kombination mit dem Spiel oder so? Das ist halt kooperieren. Und von daher, wenn ich mich vielleicht interessiert habe, habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich die Ausbildung. Das ist halt so, dass sie jetzt auf der Sparke rausgehen. Genau. Achso, ja. Vielen Dank. Dann làm es dich. Entfernt! Findleşe es nachles. Es gibt dahin hier! Gospel Jesus!